so auf geht's in die nächste runde sozusagen Claire ist ein bisschen verletzt wenn wir das mal sehen die hat eine warnung aber es geht ja noch so dann machen wir uns mal auf den weg mit den fahrstuhl nach unten so die hübsche Claire es wird gespeichert ja 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 gehst du die treiben oder denkst du auch noch was macht der typ jetzt so hier ist das wo wir irgendwas bekommen können aber da haben wir das teil noch nicht für ich glaube das kommt später wieso geht die tür jetzt nicht auf die ist verschlossen da war noch eine handgranate da hoch hier ist die treppe wieder da unten liegt ja ein granate so ich kann hier runter das eine tür aber die geht nicht auf das ist ja lustig äh ok dann muss sie wieder hoch das ist ach nee dann kann sie hier rein genau man ich habe vergessen nein nicht gesehen so halb irgendwie aber das war jetzt aber nicht dieses monster dieser william die man bei leon gesehen haben da war was anderes gelaufen ich nehme mal an das kleine mädchen das wir im ersten durchgang am ende bei ihr hier im zug gesehen haben ganz kurz ganz kurz ok ok oh man ey oh hallo hey ist ok ich tu dir nichts versprochen kann ich dir helfen hier nimm doch meine hand was tut mir leid ich kann dich nicht verstehen du brauchst helfe wieso er ist genau hinter dir was oh mein gott ok das glaub ich einfach nicht ne in ordnung da ja ja können wir jetzt einfach mal nehmen nein hier benutzen ausrüsten aber dann ist die da unten aber egal hier haben wir noch eine hier gibt es money nicht so schnell doch schnell moment ei 50 rotes graut können wir mit ne oh lass mich ja da kann ich nichts für wenn das weh tut alter ja dann hättest du dir das ding damals nicht spritzen äh sollen noch ein halte graut ok und noch mehr money keine nein doch ich muss hier durch es tut weh ja ja ich kann nichts dafür wenn es weh tut ich kann eigentlich auch erst schießen wenn du dein Auge aufpasst ähm das ist ein bisschen zu nah ja der dreht durch hier der Typ der ist auch äh er hat das Auge wieder zu ja ist gut alter moment bläh ja mach doch alles kaputt hier 관�rie au cion vaku 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 waku fan laff doch mach nä so schnell hier lu pp ok die und unf die Ja, ja, aber du kriegst die Ferry nicht. Die wird auch mit ihr nicht mehr von ihr wissen. Ja, es tut weh, ne? Nein, ich heiße Claire, nicht Ferry. Man merkt schon, dass du nicht mehr ganz dicht bist, ey. Wenn ich hier mit Ferry einrede, soll ich mit Claire oder wie auch immer und dann alleine schon warte. Ich warte bestimmt nicht auf dich, Mensch. Ja, natürlich muss er erledigt werden. Ja, du sagst, du bist ein bisschen zu schnell, Mann. Ei, 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 ei. Äh, wo guckst du denn hin? Jetzt kriegst du die Kamera nicht mehr hoch in dem Moment. Was soll das denn? Äh... Ja, das hat mich getan, was? Ich kann dir noch eine geben, wenn du willst. Das mach ich aber gleich. Hier, fress auf! Ja, das hat mich getan. Ja, haha. Du... Vorsicht, Vorsicht, da dreht er wieder durch. Ähm... Jetzt... Alter, jetzt rennt doch nicht so. Und ins Auge rein, das ist gut. Ja, ja, ja. Mensch, du kannst doch schon nicht mehr, du. Ich hab's doch schon, ey. Oh, ey, komm, ja? Hier. Hoppala. Ah, ha, ha. Du kack-monster. Mach doch nicht alles, kopf. Holp man. lass doch einfach mal die einrichtung hier stehen ja 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 nein jetzt kommen wir davon da haben wir getroffen zwar nicht das auge aber der sommer ist mal sohn da alter geht doch mal langsamer diese kamera ja mann das gibt es einfach nicht hi Mann, brüll nicht so. Ah, der nervt, ey. Das gibt's gar nicht da. Ja, äh, äh. Lass mich doch einfach mal in Ruhe springen und dann einfach so runter, Mann. Warte mal, ich hab hier... Nee, nix mehr genau, keine. Bäh. Ja. Ach, vorbei. Das war ein kleinen Tick zu weit nach rechts, aber voll. Boah. Wie schnell ist er denn? Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Der gibt mich auf, der gibt mich auf. Gut, hab ich eh mal wieder... ...gedropfen. Hallo? Oh, ich hatte die Kamm, ey. Das ist dann immer noch nicht so klapp, Mann. Willst du nach vorne gucken? Nein, gucken wir immer nach unten, Automatis. Alter, ich kann doch nicht so, wenn das hier auf Temburg geht, Mensch. Ah. Ah. Geh doch mal langsamer, Alter, du Tybinen. Mal, 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 mal. Ah, Alter. Ja. Geh doch mal langsamer. Auweilen. Ah, toll. Hallo? Oh, jetzt kommt er von da. Was machen wir denn jetzt, wenn wir dann keine Muni mehr haben? Oh, Alter. Wow. Oh, Mång. Oh, Gott. Oh, Gott. Hey, Kleiner, es ist vorbei, alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen, alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon, ich hoffe es. Ja, na klar, ich helfe dir. Okay, dann nehme ich mal an, dass die Kleine vielleicht auch bei Leon die Leiter runtergelassen hat. Nach dem Kampf, wo er dann halt gesagt hat, da beobachtet mich jemand. Ja, warte erstmal. Hier haben wir wieder ein bisschen Schießpolver. Okay, sonst noch was? Da ist noch eine Pflanze. Stimmt, die ist auch hier. So, und? Jetzt ist alles wieder blau. Ich komme, Kleine. Und, wie geht's dir sonst so? Außer, dass es das Monster gibt. Nein. Dürut auch ein bisschen zu schwer für dich sein. Du hast es geschafft! Tja, hat nur stärkeren Arm. Aber das... Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet an einer wichtigen neuen Arznei. Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Äh, hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Wow, eine Kugel und auch echt eine Verdrohung. Wahnsinn. Hm. In Ordnung. Und, wo ist dein Dad? Er arbeitet mit meiner Mom, aber er ist weg. Wow. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Oh, tut mir leid. Braust ihr nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam im Rund. Ist doch was Gutes, nicht? Juhu. Ich nehme einfach mal einen roten dazu. Kleine, ich gehe mal eben speichern. Das kennst du, glaube ich, noch nicht, was das ist. So, und, wir machen dann am besten nächstes Mal weiter, ne? Oder was meinst du, Kleine? Doch, ne? Gut, die sagt nichts, dann, ja, sage ich am besten bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, Resident Evil 2. Bye.